Moin Moin Freunde, setzt euch an den Shisha Stammtisch, ich bin Shabby und jetzt gerade wo ihr dieses Video seht, hat nicht nur angefangen, sondern läuft die Shisha Messe auf Hochtouren. Bevor wir aber dazu kommen, weil ich will euch ein paar Infos geben und für die Leute, die vielleicht noch unentschlossen sind, vielleicht, 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 schaffe ich es ja, dass ihr euch noch irgendwie motivieren könnt oder dass ich euch motivieren kann und dass wir uns alle auf der Messe sehen, weil ihr euch spontan entscheidet. Ja, doch, ich komme mit. Bevor wir aber dazu kommen, möchte ich kurz für die Leute, die es schon mitbekommen haben, äh, sagen, oder auch für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, unser erster Account auf Insta wurde gesperrt und nach nicht mal zweieinhalb Wochen wurde der neue Account, äh, gehackt und gelöscht. Ja, leider Gottes, wir haben einen neuen. Hier unten ist der Name. Shisha Stammtisch zusammengeschrieben und natürlich am Ende der Unterstrich, äh, der Unterstrich. Ihr wisst, was ich meine. Jedenfalls. Wir sind hier nicht bei Just Chatting, so wie es hier oben steht. Wir sind hier gerade am Video machen, deswegen blende ich mal Just Video ein. Richtig schlecht, Digga. Richtig schlecht. Egal. Also. Und weil wir das Layout natürlich nutzen von Twitch, beziehungsweise vom Stream, würde es mich freuen, wenn wir uns von Montags bis Freitags immer so zwischen 21 Uhr und, äh, 22 Uhr sehen. Folgt auf Twitch. Link ist natürlich in der Infobox unten verlinkt. Jetzt komme ich aber wirklich zu den wichtigen Details der Shisha Messe. Die Shisha Messe findet endlich wieder statt. Corona hat uns alle wirklich in den A... Corona hat uns wirklich alle Maß genommen. So. Und nach zwei Jahren kann die Messe endlich wieder stattfinden. So oft wurde sie abgesagt oder verschoben, eher gesagt. Und ich kann jetzt schon sagen, falls ihr für 2020, äh, Karten hattet, Ihr könnt sie immer noch verwenden. Die Messe findet statt, seit heute bis Sonntag, also 6. bis 8. 5. Immer von 10 bis 18 Uhr. Am heutigen Tag könnt ihr alle oder zumindest die meisten nicht hin, denn da ist nur für die Fachbesucher, sei es für, äh, Großhandel, Shop und vielleicht auch große Blogger natürlich und andere Influencer wie YouTuber oder andere Streamer. Ansonsten, Samstag und Sonntag natürlich auch von 10 bis 18 Uhr. Ähm, die Adresse ist, ich muss gerade mal linsen, die Ludwig Erhard Anlage 1. Also einfach ins Navi oder bei Google Maps eingeben. Äh, Messe Frankfurt. Wer ist denn eigentlich alles am Start? Ich habe hier mal eine Liste vor mir und, äh, gehe einmal die Liste von oben nach unten durch. Wir fangen an. 030 Tobacco ist da, 18 Karat ist da, 187 ist da, Amosa ist da, äh, Ian ist da. Also Ian, Viro und so. Ähm, und da kann ich jetzt schon sagen, die neue Viro Specter wird natürlich auch dort, äh, erhältlich sein. Und bei der Viro Specter ist es, ähm, das ist eine, oder die neue Pfeife von Viro und die hat, lass mich kurz lügen, bis zu, oder ich glaube sogar über, ich weiß nicht genau, ähm, 17 Blow Ops. So, gehen wir mal weiter. Äh, Aino Tobacco ist da, Aladin Shisha ist da, äh, Ale oder Aleis Nagile ist da, Alvazir ist da, American Premium Tobacco, Blond and Darkleaf, Emotion, Animauka, Agile Tobacco, Aburia, Babacoco, Babos Tobacco, übrigens, Haftbefehl, wie ich, äh, gehört habe, wird auch am Start sein. Black Kokos natürlich, äh, Black of Istanbul, Blade Hooker, äh, BNB Shisha und Afzal, ähm, beziehungsweise Afzal, für die Leute, die es nicht kennen, ist ein Tabak aus Indien. Boom Bad Tobacco, Bubbles, By Candy, By Candy, äh, wird unter anderem zwei neue Sorten vorstellen und natürlich aber auch die, äh, Black Suna Edition, das ist der, ähm, der Dark Blend von By Candy. By Candy natürlich sehr bekannt durch die sauren Würmer, ähm, Geschmäcker. Äh, C-A-G-S Tobacco, ich will natürlich nicht, äh, den Namen nicht falsch aussprechen, deswegen einfach C-A-G-S Tobacco. Capital Bra Smoke, Chaos wird natürlich auch dabei sein, Chilma, Kokosol, ich mach das bisschen schneller. Äh, Kontraband, äh, Dame, Diamond Hooker, DVAG, El Baja, Elektrosmog, Elfbar, auch wenn ich kein E-Shisha-Fan bin, aber, naja, lassen wir das mal weg. Äh, Ambury Shisha, Etz, Etna Term, ich hab's manchmal echt mit den Namen, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, äh, die European Shisha Community Alliance, Eurostock und Goldhofer wird auch dabei sein, Expots, King Coco Feel, Fifties, Fresh, äh, Fresh Smoke, Furat Ergin, Fumant, Fun for Four, bekannt aus Shisha-Bars, diese geilen Tische, wo man X-Spiele spielen kann und, äh, Mensch ärgere dich nicht, Poker, Roulette und, 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 German, äh, Jemien, ha, German Oriental Tobacco, Golden Smoke, GT Manufacture, Hasso wird dabei sein, Tabakdealer.de, Holster Tobacco wird natürlich auch da sein. Bei Holster, hab ich mir natürlich Notizen gemacht, Holster wird seine neue, äh, Einwegi Shisha, wenn man das so nennen mag, äh, vorstellen und zwei neue Tabaksorten. Äh, äh, ähm, Hookahos wird dabei sein, Hookah Squeeze, auch bei Hookah Squeeze gibt's, glaube ich, neue Sorten, äh, Hookah In wird dabei sein, bei Hookah In kann ich's schon sagen, äh, Fuck Your Life, da gibt's natürlich neue Sorten und ich freue mich, ich freue mich so sehr, auf die Gurke Minze von Fuck Your Life, Junge. Boah, krank, Junge, krank. Ich liebe Gurke, ich hab damals so oft Gurke geraubt und ich kann jetzt schon sagen, ich liebe Gurke, kein Scheiß. Jedenfalls, ähm, ach so, und mit Hookah In natürlich auch Blaze und auch Blaze wird neue Sorten vorstellen. Blaze ist, äh, der Dark Blend von Hookah In und ich freue mich darauf. Huki, Aikos, Izzy, Karaduman, Kioske, Legacy Smoke, Lika Tobacco, Line of Babylon, Lira Tobacco wird dabei sein. Hab ich mir zu Lira was vorgeschlagen, äh, vorgeschrieben? Ja, bei Lira, das ist, ähm, ein türkischer Hersteller und der wird auf der Messe, die jetzt stattfindet, ähm, den Markteinstieg in Deutschland feiern. By the way, ganz kurz, kann ich ja ganz kurz erwähnen, wir werden alle am Start sein, also was heißt alle? Maya wird am Start sein, ich werde am Start sein. Maya ist jetzt schon in Frankfurt oder wann ihr das Video seht, aber jetzt gerade Freitag auf dem Weg nach Frankfurt und wird, äh, Samstag und Sonntag natürlich da sein. viele Leute aus der Community werden dabei sein, natürlich hier von YouTube als auch von Twitch und Insta, obwohl die Insta-Community noch ziemlich klein ist, deswegen macht die mal bitte größer, hier ist der Name. Jedenfalls, ich werde erst am Samstagabend in Frankfurt einkommen. Normalerweise war geplant, dass ich auch am, äh, Freitag hinfahre und bla und blub und, äh, ja, mit einem weinenden Auge, dass ich nicht schon früh, äh, beziehungsweise Freitag oder Samstag dabei sein kann, äh, weinenden Auge, aber auch mit einem lachenden Auge kann ich sagen, äh, kann ich den Grund nennen, denn ich werde Patenonkel und am Samstag ist die Taufe von meinem, äh, Patenkind und, äh, da will ich natürlich nicht fehlen, das ist ein besonderer Tag und ich freue mich und dafür werde ich am Nachmittag, ähm, ich werde zwar den Messe Samstag auch verpassen, aber ich werde am Nachmittag losfahren nach Frankfurt und werde dann dafür am Sonntag, wenn alles glatt läuft und nichts unvorhergesehenes passiert, da klopfen wir natürlich auf Holz, äh, den ganzen Tag auf der Messe verbringen. So, weiter im Text, Linden wird am Start sein, Magnum Shisha wird am Start sein, Marta Leon, Masaya, Mero, na gut, MIG, unter anderem mit am MIG Stand und noch an zwei oder drei anderen Ständen, äh, wird Darkseid auf jeden Fall am Start sein, Mix2, Monkeys, Moshaik, Mose oder eher Moze, äh, Mose, Mr. Smoke, Mr. Woods, Nameless wird natürlich am Start sein, Narakoko, Nasch, auf Nasch freue ich mich, ähm, Nasch auch ein Darkblend aus Russland, New GmbH, NPS Nagelam, Nubia, Odinson freue ich mich sau drauf, Odoman, Urania, Orion, Tomaku, Overdose, freue ich mich drauf, PT Jaffa, äh, Koala Hooker, äh, Kasa, Kuka, Shisha, Rauch Campus, Ravoshi, boah, Ravoshi Junge, wenn ihr da seid, ich schwöre euch bei Ravoshi, ich lege es euch ans Herz, probiert den Doppelapfel Strong, den Double Apple Strong, probiert ihn, wirklich, von Ravoshi, ich liebe ihn, wirklich, ich liebe ihn. Royal Destruction, Salt, Savu Tobacco, bei Savu werde ich natürlich auch Grüße, äh, vorbeischauen, Shades Tobacco wird am Start sein, Shanti wird natürlich am Start sein, ähm, Shisha Arabica, Shisha Kartell, freue ich mich auch drauf, Shisha Kartell wird richtig nice, Shisha Original, also ihr seht jetzt schon, Digga, ich, ich komme nicht davon weg, diese, diese ganze, also alles vorzulesen, Shisha Outlet wird am Start sein, Shisha Turbine, Shisha Magic, Shisha Max, 24, Shisha Master Selection, Shisha Ria, Shop, äh, Shop Timo, Sitzem, Signet, Smoker, Smoke, Con, kann ich jetzt nicht vorlesen, ähm, Con, Con, Connoisseur, Smoke Freak, Smoke Island, Smokers, Social Smoke, Space Smoke, oh, Space Smoke, geil, Squids, Stahlspecht, Starbust, Stimulation, Stoney Smoke, Tamachino, äh, oder Tamachino, äh, Tabu, Theo, Tipsy, Trade, Island, True Passion, Unicream, Vintage, Oh, Digga, Alter, mein Mund ist so trocken gerade, vom so viel Sachen vorlesen, Wendy Hooker, White Cloud, Wup Shisha, X Hooker, X Racha, Yackage Cube und Zeppelin, werden alle am Start sein, ich habe aber noch andere Fakten, die ich kurz ablesen muss, Kismet wird vier neue Sorten vorstellen, Fog Your Life, neue Sorten, habe ich ja schon gesagt, ähm, das mit Viro, Viro, Spectre, habe ich auch gesagt, Blaze, habe ich gesagt, Hukain, wird seinen neuen, HMD, oder Smokebox, natürlich vorstellen, freue ich mich drauf, in der Alu- und in der Edelstahl-Variante, wenn ich es richtig verstanden habe, äh, die Stimulation Pro X 3, heißt die so, wird vorgestellt, äh, Shades wird natürlich mit zwei neuen Sorten am Start sein, und, 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 also wirklich, ich, ich habe so viele, wirklich so viele, auch viele für die große Masse, leider unbekannte, wirklich underrated, äh, underrated Hersteller, gerade vorgelesen, die am Start sein werden, wenn ihr nicht geplant habt, dort anzukommen, also jetzt am Freitag oder morgen, über, oder übermorgen am Sonntag, macht es, wirklich, bewegt euren Arsch, und, ähm, wenn ihr Sonntag am Start seid, sehen wir uns, wirklich Leute, es lohnt sich, es lohnt sich, es lohnt sich, so viele neue Leute kennen der, neue Hersteller kennen der, ähm, die ganzen neuen Sachen, die, gefühlt alle Hersteller bringen irgendwas Neues mit, und, äh, es gibt Messepreise natürlich, also, ihr müsst, äh, für vieles natürlich nicht den vollen Preis zahlen, sondern zahlt viel weniger auch, ähm, es gibt Angebote und, 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 es gibt natürlich auch, äh, Food Trucks, oder, ich meine Food Trucks, auf jeden Fall Essen und Trinken, ähm, natürlich gibt's da auch, und, ich würde einfach sagen, wenn ihr Fragen habt, ich bin eh noch bis Samstag hier, äh, zu Hause, schreibt sie einfach unten in die Kommentare, ich werde sie natürlich beantworten, und wenn nicht, sehen wir uns, äh, seht ihr Maya am Samstag auf der Messe, und mich, äh, und Maya am Sonntag auf der Messe, und, äh, ich freu mich, ich weiß nicht, was ich sonst noch sagen soll, ich freu mich, ich hab richtig Vorfreude, ach so, stopp, 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 eine Sache hab ich noch, eine wichtige Sache hab ich noch, und zwar, es werden, also, man kann natürlich rauchen, ihr braucht keinen Test, ihr braucht, äh, kein, keine Maske, wird aber empfohlen, ich persönlich werde auch mich vorher natürlich testen lassen, um für mich und für euch und alle anderen offenbar sicher zu gehen, ähm, ihr wisst schon, Koroni, Moroni und so, ähm, und ganz wichtig, Einwegschläuche gibt es natürlich, aber, kleiner Tipp, nehmt euren eigenen Schlauch und euer eigenes Mundstück, also, warte, bestes Beispiel, nehmt euer eigenes Mundstück und euren eigenen Schlauch mit auf die Messe, denn dann braucht ihr nicht so richtig widerlich wie so eine billige Crack-Hure mit so einem Einwegschlauch rumlaufen. Das war noch ein kleiner Tipp von mir und dann würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Kanal hier abonniert, natürlich bei Twitch, äh, folgt und bei Insta hier unten und genau, bleibt gesund, habt viel Spaß, lernt neue Leute kennen, lernt neue Hersteller kennen und, äh, ja, bleibt gesund. Macht es gut, tödelü, Tschüsseldorf und tschaui.